Ich wünsche dir, dass du an Wunder glaubst, dass du große Träume hast, du immer an dich glaubst, du deinem Herzen folgst, dass du im Regen spielst und durch Pfützen springst, dass du Burgen baust und der Sonne entgegen lachst, dass du Bäume beklettern wirst, du zu den Sternen fliegst und neue Welten entdeckst und dass du immer glücklich bist. So etwas hätten meine Eltern am Tag meiner Geburt zu mir sagen sollen. Stattdessen liege ich hier, es ist kalt und dunkel. Ich kann nicht aufstehen und ich habe Hunger. Ich sehe an mir herunter und erblicke kleine Hände, kaum größer als eine unreife Walnuss. Ich bin eingewickelt in einen Zug und kann meine Beine nicht sehen. Mein Rücken schmerzt. Mich drehen oder aufstehen kann ich nicht. Was ist mit mir los? Schweißgebadet wachte ich auf. Ich hatte schlecht geträumt. Ein kurzer Blick auf den Wecker sagte mir, dass ich wieder verschlafen hätte. Verdammt, entfuhr es mir, während ich mich aufraffte und meinen Torso einbund. Es ist ätzend, nie schwimmen, Sport machen oder sich jemandem öffnen zu können, sich frei zu fühlen oder einfach nur man selbst zu sein. Schnell warf ich mir ein paar Kleidungsstücke über und verließ das Haus. Den Bus hatte ich auch noch verpasst. Hey Tristan, begrüßte mich die Nachbarin aus dem fünften Stock. Mehr als ein müdes Hi brachte ich nicht über die Lippen. Du siehst müde aus, soll ich dir einen Kaffee holen? Nein, danke, ich habe es eilig, antwortete ich und drehte mich in die entgegengesetzte Richtung, um mir ein Taxi zu organisieren. Tristan, warte, rief Lisa mir hinterher. Widerwillig blieb ich stehen und drehte mich langsam um. Oh Gott, wie ich sie hasse, dachte ich und hoffte, dass ich es nicht laut gesagt hatte. Ihrem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, konnte ich es noch für mich behalten. Sie grinste mich frech an. Wieso wollen wir denn nicht endlich mal was zusammen trinken gehen? Immer gehst du allen aus dem Weg. Wir wohnen seit neun Jahren im selben Haus und ich weiß nichts über dich, außer deinem Namen und wo du arbeitest. Wäre doch schön, wenn wir uns ab und zu mal austauschen könnten. Lisa grinste noch immer. Ihr penetrantes Dauerlächeln ging mir schon viele Jahre auf die Nerven, aber heute am allermeisten. Ich antwortete ihr knapp. Ich bin lieber allein, danke für dein Angebot, aber nein danke, drehte mich wieder um und ließ die sprachlose junge Frau stehen. Endlich setzte ich mich an meinen in die Jahre gekommenen Bürotisch, startete den PC, setzte meine Kopfhörer auf und entdeckte eine Notiz an meinem Bildschirm. Chef kommt um zwölf. Du beschäftigt, C. Na prima, besser kann der Tag ja kaum mehr werden, denke ich und treibe mir die Schläffen. Als der Computer endlich hochgefahren war, gab ich meinen Nutzernamen und das zugehörige Passwort ein. Tristan XXX und Parker 567 waren wohl nicht die sichersten Kennwörter, aber auch das ist mir egal. Der erste Anruf kommt rein. Ihr nichtsnutziger Verein hat mich jetzt eine Stunde in der Warteschleife und drei Stunden beim Versuch, mein Problem selbst zu beheben, gekostet. Arbeiten Sie auch für Ihr Geld oder macht es Ihnen Spaß, die Zeit fremder Leute zu stehlen? Ich werde einen Beschwerdebrief an Ihre Vorgesetzten schreiben. Hoffentlich war Ihr Tag genauso beschissen. Schrie mir ein aufgebrachter Herr entgegen und legte abrupt auf. Nach diesem Start gab ich mir keine Mühe mehr, bei den folgenden Telefonaten höflich und freundlich zu sein, sondern versuchte einfach nur den Tag zu überleben. Immerhin kam mein Chef heute nicht wie angekündigt vorbei und ich hatte meine Ruhe. Endlich Feierabend. Ich schlurfe entnervt den Gang hinunter, lege meinen Chip auf das Gerät und trete in die kalte Nachtluft. Zwanzig Minuten später war ich endlich zu Hause und riss mir das Tape vom Körper. Meine Flügel waren endlich frei. Ich war frei. Das sind jeden Tag die schönsten Momente. Nur werde ich sie nie mit jemandem teilen können.